Hallo meine Lieben und Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Die Tragödien von William Shakespeare gehören zu den einflussreichsten Werken der Weltliteratur. Und der Grund dafür ist relativ einfach, denn in diesen Tragödien geht es in der Regel meist um die grundlegendsten menschlichen Eigenschaften, aber vor allen Dingen auch um die grundlegendsten Schwächen. Intrigen, Hass, Eifersucht, Begehren, Machtdrang, Ränkespiele, das alles bekommt man in einer Tragödie von Shakespeare. Und das Erste, was ich über den Fall gelesen habe, über den ich euch heute berichten möchte, ist, dass auch dieser alles hat, was auch eine Shakespeare-Tragödie mit sich bringt. Aber in allererster Linie geht es heute um eine Familie. Und um die Zerstörung dieser Familie. Und es geht vor allen Dingen auch um die Frage nach Schuld oder Unschuld. Shirley Dean Carter kam am 10. Juni 1947 als erstes Kind von Carol Worthington und Gene Shoemaker Worthington in West Des Moines im US-Bundesstaat Iowa zur Welt. Shirleys Eltern Carol und Gene waren Farmer. Die Familie besaß viel Land und eine große Ranch in der Gegend, was natürlich unheimlich viel Arbeit bedeutet. Auch die Kinder der Worthingtons mussten dementsprechend mit anpacken und das Leben spielte sich nach der Schule draußen auf den Feldern und in den Ställen ab. Doch Shirley liebte das Leben auf der Farm und hat später auch immer nur positiv über ihre Kindheit und Jugend berichtet. Mit 16 Jahren besucht Shirley dann die Pleasantville High School in West Des Moines und lernt im Jahr 1962 dann auch genau dort die Liebe ihres Lebens kennen. Den 17 Jahre alten Bill Carter. Bill hat später gesagt, dass Shirley das schönste Mädchen war, das er jemals gesehen hat und dass er sich sofort Hals über Kopf in sie verliebt hat. Die beiden werden auch schnell ein Paar und es dauert nicht lange, da wird Shirley auch schon schwanger. Knapp ein Jahr, nachdem sie zum ersten Mal auf dem Homecoming Dance in Pleasantville miteinander getanzt haben, heiraten Bill und Shirley im März 1963. Und die beiden werden jetzt auch die nächsten 52 Jahre lang miteinander verheiratet bleiben. Ja, in 52 Jahren, da tut sich natürlich eine ganze Menge. Aber fangen wir direkt gleich mal nach der Hochzeit von Bill und Shirley an. Nachdem Ende 1963 nämlich dann ihr erstes Kind, Bill Junior, genannt Billy, geboren wird, Kaufen sich Bill und Shirley eine kleine Farm in Lacona, mitten in Marion County, etwa eine Stunde nördlich von West Des Moines entfernt. Und jetzt beginnen sie damit, ihren landwirtschaftlichen Betrieb immer mehr aufzubauen. Seite an Seite bewirtschaften Bill und Shirley ihre Farm, gründen ihr eigenes Business Carter Farms und in den nächsten Jahren bekommen sie zwei weitere Kinder. Erst eine Tochter, Jenna Lane, und dann noch ihren jüngsten Sohn, Jason. Die Carters sind eine typisch amerikanische Familie aus dem Mittleren Westen. Bodenständig, rechtschaffend, gläubig, familiär und hart arbeitend. Und auch wenn es natürlich wie in allen anderen Familien hier und da Schwierigkeiten und Probleme gab, Die Carters hielten am Ende immer zusammen, zogen ihre Kinder auf und lebten ein gutes Leben. Shirley Carter wurde von den Menschen, die sie gut kannten, vor allen Dingen aber auch von ihrem Mann Bill, als äußerst freundliche, liebevolle Person beschrieben. Mit einem, wie es Bill später ausgedrückt hat, sehr sanften Wesen. Verlässlich, fleißig und hilfsbereit. Vor allen Dingen aber liebte Shirley ihre Kinder. Ihren ersten Sohn hatte sie ja bereits mit 17 Jahren bekommen, Billy Junior. Sie war also noch sehr jung. Trotzdem ging sie sofort in ihrer Mutterrolle auf. Und sie und Bill waren auch später immer darum bemüht, ihren Kindern das bestmögliche Leben bieten zu können und dafür zu sorgen, dass sie eine gesicherte Zukunft haben. Die Jahre vergehen also jetzt und irgendwann verlassen die Kinder der Carters dann auch das Haus. Ihre Tochter Jenna Lane studiert, heiratet, gründet eine Familie und zieht nach Centerville, ca. eine Stunde von ihrem Elternhaus entfernt. Sie hat aber nach wie vor ein sehr inniges Verhältnis zu ihrem Vater und zu ihrer Mutter und besucht die beiden regelmäßig auf ihrer Farm. Auch die beiden Söhne der Carters, Bill Junior und auch Jason, ziehen von zu Hause aus. Doch im Gegensatz zu Bill Junior, der eine Firma eröffnet, die Klimaanlagen repariert, zieht es den jüngsten Sohn Jason Carter eher in die Richtung, die seine Eltern auch viele Jahrzehnte zuvor eingeschlagen haben. Er möchte Farmer werden. Und ganz genauso kommt es dann auch. Jason wird Farmer und lebt in den kommenden Jahren gemeinsam mit seiner Frau Shelley und seinen beiden Kindern ein ruhiges Leben nur knapp zwei Meilen vom Haus seiner Eltern entfernt. Kommen wir jetzt in den Sommer 2015. Erst im März diesen Jahres haben Bill und Shirley Carter ihren 52. Hochzeitstag gefeiert und sind inzwischen auch stolze Großeltern mehrerer Enkelkinder. Und auch wenn die beiden, die immerhin auf die 70 zugehen, sich nach wie vor bester Gesundheit erfreuen, in den letzten Monaten und teilweise auch schon Jahren wurde ihr Business Carter Farm hier und da auch schon immer mal wieder von ihrem jüngsten Sohn Jason vertreten. Dieser soll, wenn sich Bill und Shirley endgültig zur Ruhe setzen, auch einmal die Geschäfte weiterführen. Der 19. Juni 2015 beginnt wie jeder andere Freitag im Leben von Bill und Shirley Carter. Nämlich beginnt er mit einer Tradition, die die beiden in den vergangenen Jahren gepflegt haben. Jeden Freitag nämlich fahren sie, bevor die Arbeit auf der Farm losgeht, nach Moyen. Eine kleine Gemeinde acht Meilen von ihrem Zuhause entfernt. Dort gibt es ein nettes kleines Café. Und genau dort trinken die beiden jeden Freitag gemeinsam ihren Kaffee. Als ich das bei meiner Recherche gelesen habe, musste ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, weil ich es einfach irgendwie süß, ja lieb fand, dass diese beiden sich diese kleine, aber feine eigene Tradition in den letzten Jahren aufgebaut und bewahrt haben. Theoretisch könnten sie auch zu Hause in ihrer Küche Kaffee trinken am Morgen, so wie sie es auch von Montag bis Donnerstag immer tun. Aber Freitag ist einfach ein besonderer Tag für sie. Und sie fahren eben immer zusammen morgens nach Moyen, um dort ihren Kaffee zu trinken. Ich fand das einfach, es ist eine Kleinigkeit, aber es ist etwas, was die beiden zusammengetan haben. Und wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit und Energie sie in den letzten 52 Jahren in ihre Ehe, in ihre Farm und auch in ihre Familie gesteckt haben, dann ist es einfach, wie ich finde, besonders und auch bewundernswert, dass man sich nach so langer Zeit einfach gewisse kleine Auszeiten nimmt. Und wenn es nur ein Besuch in einem Café in einem Kaff acht Meilen entfernt ist. Ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Und das zeigt irgendwie auch, dass Bill und Shirley eine ganz besondere Beziehung miteinander haben. Als die beiden also jetzt an diesem Freitagmorgen, wie üblich, gegen 7.30 Uhr in Moyen ankommen, da treffen sie einen entfernten Nachbarn. Einen Mann namens Donald Hanadoes. Es war nur ein sehr kurzes Gespräch, das er mit Bill und Shirley an diesem Morgen geführt hat. Jedoch wird er, Donald, später vor Gericht auch bestätigen, dass er sowohl mit Bill als auch mit Shirley sprach und dass es ein Gespräch war, wie sie es immer geführt haben. Sehr locker, sehr aufgeschlossen. Shirley war guter Stimmung und ihm ist nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Nach diesem Gespräch mit den Nachbarn gehen Bill und Shirley jetzt also ihrer Tradition folgend in das kleine Café, trinken ihren Kaffee und machen sich dann im Anschluss wieder auf den Weg zurück zu ihrer Farm. Um kurz vor 9 Uhr kommen die beiden jetzt am Farmhaus an und Shirley steigt aus dem Auto aus. Bill verabschiedet sich von seiner Frau, nicht ahnend natürlich, dass es das letzte Mal sein wird, dass er sie sieht. Später hat er noch gesagt, dass er mit seinem Auto auf dem Hof vorm Haus gewendet hat und hat noch einen Blick auf Shirley geworfen und sie hat noch die Hand gehoben und hat ihm zum Abschied gewunken. Der Grund, warum Bill jetzt nicht gemeinsam mit Shirley ins Haus geht, ist, weil er an diesem Vormittag wie meist noch einiges zu tun hat. Er steigt in seinen mit Mais voll beladenen Semi-Truck und macht sich auf den Weg ins 25 Meilen entfernte Lacona. Dort befindet sich nämlich eine große Station, in der die Farmer aus der ganzen Gegend ihren Mais wiegen und im Anschluss umschichten lassen können. Bill Carter ist mehrmals die Woche dort. Genauso wie viele seiner Nachbarn und auch sein Sohn Jason, der ja auf seiner Farm ebenfalls unter anderem Mais anbaut. Auch am Morgen dieses 19. Juni treffen Vater und Sohn genau dort jetzt aufeinander und sie sprechen auch kurz. Allerdings verliert Bill Jason bald aus den Augen, was nicht weiter ungewöhnlich ist. Es gibt viel zu tun und jeder der Farmer ist mit dem Abladen seiner eigenen Ladung Mais beschäftigt. Auf einer Videoaufnahme ist Bill Carter an diesem Morgen auch zu sehen, wie er sich auf dem Gelände der Station aufhält. Einige Zeit vergeht. Um kurz vor 11 Uhr an diesem Vormittag sitzt Bill Carter wieder inzwischen in seinem leeren Truck und macht sich auf den Weg zurück nach Hause, als er auf seinem Handy einen Anruf bekommt. Am anderen Ende der Leitung ist seine Tochter Jenna Lane. Jenna ist völlig aufgelöst und in Panik und berichtet Bill, dass sie gerade einen Anruf von ihrem Bruder Jason bekommen hat. Dieser hat ihr auch völlig aufgelöst und hysterisch am Telefon gesagt, dass er gerade ins Haus seiner Eltern kam und dort seine Mutter Shirley blutüberströmt auf dem Küchenboden vorgefunden hat. Jenna, die, wie man sich natürlich vorstellen kann, überhaupt nicht fassen konnte, was ihr kleiner Bruder ihr da gerade am Telefon erzählt, hat ihn natürlich gefragt, ob er bereits den Notarzt und die Polizei verständigt hat. Doch Jason sagt am Telefon, dass er die 911 noch nicht angerufen hat. Er hat sich also entschieden, zuerst seine Schwester anzurufen. Jenna hat ihm dann wohl gesagt, er soll sofort den Notarzt wählen, doch Jason hat gegenüber ihr erwähnt, dass seine Mutter erschossen worden ist und dass sie bereits kalt sei und dass es zu spät ist, den Notarzt anzurufen. Ja, das Telefonat zwischen Jason und Jenna hat dann irgendwie geendet und Jenna hat sich dann selbst dazu entschieden, die 911 anzurufen und zum Farmhaus ihrer Eltern zu schicken, weil sie einfach, sie ist eine Stunde entfernt, überhaupt keinen Einfluss darauf hat, was jetzt passiert. Sie hat nur die Information ihres Bruders, dass er ihre Mutter dort tot in der Küche aufgefunden hat und er hat sich so durcheinander und panisch angehört, dass sie jetzt eben versucht, einen klaren Kopf zu bewahren. Sie ruft also die 911 und schickt den Notarzt und die Polizei zum Farmhaus. Und genau das alles erzählt sie jetzt also ihrem Vater Bill, der in seinem Truck sitzt und natürlich jetzt Vollgas gibt. Denn auch er kann nicht fassen, was er da von seiner Tochter hört und glaubt es auch im ersten Moment nicht. Er denkt, das muss alles ein Missverständnis sein. Es kann nicht wahr sein, dass Shirley, die er zwei Stunden vorher noch gesehen hat, jetzt tot sein soll. Bill fährt so schnell wie möglich nach Hause. Als Bill Carter kurze Zeit später an seinem Haus ankommt, sieht er schon von Weitem, dass sein Sohn Jason draußen auf dem Hof steht. Er telefoniert mit irgendjemandem. Doch Bill möchte jetzt einfach nur wissen, was sich da genau abspielt. Er springt aus seinem Auto und hetzt an seinem Sohn vorbei in sein Haus. Dort läuft er sofort in die Küche und sieht die Frau, mit der er seit 52 Jahren verheiratet ist, genau wie es seine Tochter Jenna auch gesagt hat, tot auf dem Boden in der Küche liegen. Shirley lag da, so hat Bill es später beschrieben, als würde sie schlafen. Der 70 Jahre alte Bill Carter steht vollkommen neben sich. Er kann nicht fassen, was er da sieht. Und ich meine, das muss man sich eben auch mal vorstellen. Zweieinhalb Stunden zuvor hatte er noch mit seiner Frau Kaffee getrunken. Und jetzt liegt sie tot da? Bill erfährt jetzt von seinem jüngsten Sohn Jason einige Einzelheiten. Jason erzählt seinem Vater, dass er Shirley tot auf dem Küchenboden gefunden hat. In Panik hätte er zunächst seine Schwester Jenna angerufen. Doch jetzt erfährt Bill auch, dass Jason wohl, nachdem das Telefonat mit Jenna beendet war, er dann doch noch die 911 angerufen hat. Das heißt, wir haben jetzt zwei Anrufe von zwei verschiedenen Familienmitgliedern der Carters bei der 911. Zunächst hatte Jenna angerufen, weil sie einfach Angst hatte, dass Jason nicht mehr in der Verfassung ist, jetzt den Notruf zu wählen. Aber Jason selbst hat dann wohl doch noch die 911 angerufen. Und dieser Anruf von Jason wurde dann auch später aufgezeichnet. Aber wer auch immer die 911 jetzt angerufen hat, Tatsache ist, kurz nachdem Bill Carter zu Hause ankommt und jetzt eben auch verstanden hat, dass seine Frau wirklich tot ist, trifft auch schon die Polizei und auch der Notarzt auf der Carter Farm ein. Der Notarzt kann jetzt auch nur noch Shirley Carters Tod feststellen. Tatsächlich war es so, dass sie in ihrer Küche erschossen worden ist. Denn es werden vier Kugeln gefunden. Eine davon hat Shirley offensichtlich verfehlt, denn sie steckt im Kühlschrank der Küche fest. Eine weitere Kugel steckt im Küchenboden. Und die anderen beiden Geschosse, die abgefeuert worden sind, haben Shirley in ihre Brust getroffen. Später kann festgestellt werden, dass der zweite Schuss, der auf Shirley abgefeuert wurde, erst abgegeben worden ist, als sie bereits auf dem Boden lag. Niedergestreckt durch die erste Kugel, die sie getroffen hat. Offensichtlich wollte jemand ganz sicher gehen, dass Shirley nicht überlebt. Das Farmhaus ist ein einziges Durcheinander. Schubläden sind aufgezogen und durchwühlt. Alles liegt kreuz und quer auf dem Boden herum. Sowohl im Schlafzimmer als aber auch im Büro herrscht Chaos. Im ersten Moment könnte man den Eindruck bekommen, dass es sich hier offensichtlich um einen Einbruch gehandelt haben könnte, der dann aus dem Ruder lief. Dachten die Täter vielleicht, es wäre niemand im Haus? Haben sie vermutet, dass Bill und Shirley wie immer freitags noch in Moin beim Kaffee trinken sind und haben deswegen ihren Einbruch genauso geplant? Geriet etwa alles außer Kontrolle, als Shirley dann auf einmal ins Haus kam? Hat sie vielleicht die Täter dort beim Durchwühlen der Schubläden im Büro überrascht? Während Jason Carter, der seine Mutter ja gefunden hat, jetzt von der Polizei für eine genauere Befragung aufs Revier gebracht und Shirley's Körper inzwischen in die Gerichtsmedizin überstellt wird, geht Bill Carter gemeinsam mit den Ermittlern vor Ort durch sein Haus und schnell stellt sich heraus, dass die zuerst angenommenen Theorien bezüglich eines möglichen Einbruchs ganz schnell wieder verworfen werden können. Denn Bill stellt fest, dass überhaupt nichts fehlt. Shirley Carters Handtasche steht mitten im Wohnzimmer auf einem Stuhl. Darin ihr Geldbeutel mit 160 Dollar Bargeld. Die Carters waren bescheidene Leute, doch trotzdem besaß Shirley einige Schmuckstücke von Wert, zum Beispiel auch eine goldene Uhr, die sie von ihrer Mutter geerbt hat. Einige Ringe, Ketten, das alles war noch feinsäuberlich an seinem Platz. Auch andere Dinge, auf die Räuber in der Regel so aus sind, zum Beispiel Bargeld, das sich im Büro befand, ist noch da. Und auch wenn man sich mal genau ansieht, wie die Schubläden eigentlich durchwühlt wurden, wirkt es bei genauerer Betrachtung einfach gefaked. Es wirkt nämlich so, als wollte jemand nur, dass es so aussieht, als hätte man die Absicht gehabt, Beute zu machen. Doch die Beute ist eben nicht gemacht worden. Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass die völlig verwirrten Einbrecher absolut überrascht gewesen sind, als Shirley Carter um kurz vor 9 Uhr ins Farmhaus kam. Sie ging vielleicht davon aus, dass die beiden länger nicht zu Hause sind und sie jetzt erst mal Zeit haben, hier das Haus auszuräumen. Und jetzt müssen sie sich also um Shirley kümmern. Deswegen haben sie einfach schlichtweg vergessen, ihre Beute mitzunehmen, weswegen sie ja eigentlich da gewesen sind. Das klingt jetzt nicht ganz so logisch, aber tatsächlich könnte man das ja vielleicht noch annehmen. Doch dass die möglichen Einbrecher noch alle Sinne beieinander hatten, das zeigt sich, als die Polizei feststellt, dass die vier Patronenhülsen nicht auffindbar sind. Auf Shirley wurden vier Schüsse abgefeuert. Zwei davon trafen sie, das hatte ich euch schon gesagt, und zwei davon hat man in der Küche gefunden. Doch die Hülsen dieser Patronen sind nirgends zu finden. Wenn die Einbrecher also noch den klaren Kopf hatten, die Patronenhülsen zu suchen, einzusammeln und mitzunehmen, dann kann man sich kaum vorstellen, dass sie den eigentlichen Grund, warum sie ins Farmhaus gegangen sind, nämlich um Beute zu machen, einfach mal verworfen haben. Aber apropos Patronenhülsen. Als Bill Carter nach wie vor jetzt immer noch mit den Ermittlern durch sein Haus geht, stellt er auf einmal fest, dass doch etwas fehlt. Nämlich eine seiner Waffen. Die Carters hatten vier Waffen in einem Schrank im Keller des Hauses aufbewahrt. Keine dieser Waffen, so sagt Bill, war geladen. Nachdem Shirleys Körper in der Gerichtsmedizin noch einmal untersucht und die Kugeln entfernt werden, geht man nach einer genaueren Betrachtung dieser Kugeln davon aus, dass sie aus dem einen verschwundenen Gewehr aus dem Keller der Carters abgefeuert wurden. Um das jedoch zweifelsfrei belegen zu können, bräuchte man in der Ballistik eben genau diese Waffe. Doch sie ist verschwunden. Und sie wird, das kann ich euch jetzt schon sagen, auch nicht mehr auftauchen. Die Tatsache, dass eines der Gewehre aus dem Keller der Carters fehlt und die Tatsache, dass die Gerichtsmedizin, wenn sie es auch nicht hundertprozentig sagen kann, aber davon ausgeht, dass Shirley Carter mit genau diesem Gewehr erschossen worden ist, macht die Theorie eines möglichen Einbruchs oder die Theorie, dass Shirley die Einbrecher überrascht hat und diese sie dann getötet haben, noch unwahrscheinlicher. Denn in der Regel haben Einbrecher, wenn sie in ein Haus eindringen, ihre Waffen, die sie benötigen, schon mit dabei. Und das macht ja auch Sinn. Denn ein Einbrecher muss sich ja trotzdem immer des Risikos bewusst sein, dass etwas schief gehen könnte. Was macht er, wenn ihn auf einmal vier Rottweiler erwarten, wenn er durchs Fenster eingestiegen ist? Dann wäre es doch ganz günstig, die Waffe schon in der Hand zu halten und sie nicht erstmal im ganzen Haus zu suchen, sie dann im Keller durch Zufall in einem Schrank, der ganz hinten im Eck steht, zu finden, sie dann noch gemütlich zu laden und dann erst zu Werke zu gehen. Das hat bei vielen vergangenen Fällen, die ich gemacht habe, wo es eine ähnliche Situation gab, schon keinen Sinn gemacht. Und hier in diesem Fall macht es eben auch keinen Sinn. Was eine Einbruchtheorie jetzt weiterhin unwahrscheinlicher macht, ist das, was die Polizei als nächstes erfährt. Im ersten Moment dachte man ja, dass nachdem Shirley ausgestiegen und in ihr Haus gekommen ist, sie eventuell direkt angegriffen wurde. Doch es kann jetzt bestätigt werden, dass das nicht so war. Denn Shirley Carter hat um kurz nach neun Uhr an diesem Morgen noch ein Telefonat geführt. Ich konnte bei meiner Recherche leider nicht herausfinden, mit wem Shirley gesprochen hat. Allerdings, was ich gelesen habe, war, dass es nur ein sehr kurzes Telefonat war. Das beweist aber, dass Shirley zunächst, als sie in ihr Haus kam, wohl ihre Tasche abgestellt hat, die man ja dann auch später im Wohnzimmer fand, und dann erst einmal telefoniert hat. Weiterhin wurde von der Polizei festgestellt, dass die Ziegen gefüttert worden sind. Bill hat später gesagt, dass es Shirlies Aufgabe war, die Ziegen zu versorgen. Und dass sie das immer zwischen neun und neun Uhr dreißig am Vormittag gemacht hat. Als die Polizei, beziehungsweise Bill, zum Stall kommt, sieht er, dass die Ziegen gefüttert worden sind. Das heißt, dass Shirley, nachdem sie nach Hause kam, erst kurz telefoniert hat und dann noch die Ziegen gefüttert hat. Es ist also unwahrscheinlich bis unmöglich, dass sie angegriffen wurde, nachdem sie ins Haus kam. Und das wiederum würde heißen, dass sie erst einmal eine Zeit lang zumindest im Haus war, bevor dann jemand zum Hof oder ins Haus kam und sie angegriffen hat. Und diese Person wurde von Shirley auch ins Haus gelassen, denn es gibt nirgendwo irgendwelche Einbruchsspuren. Doch das große Problem an diesem gesamten Fall ist, dass es eben nicht nur keine Einbruchsspuren am Haus, sondern auch sonst keine zielführenden Spuren gibt. Die mögliche Tatwaffe, das Gewehr, ist verschwunden. Somit können keine Fingerabdrücke genommen werden. Im Haus wurde zwar alles Mögliche durchwühlt, jedoch haben der oder die Täter auch hier keine verwertbaren Spuren hinterlassen. Und auch auf dem Hof und dem Gelände um das Farmhaus herum lässt sich nichts Außergewöhnliches feststellen. Jason Carter, der seine Mutter gefunden hat, macht allerdings jetzt erst einmal auf dem Revier seine Aussage. Und man erhofft sich, dass genau durch das, was er jetzt erzählt, vielleicht doch noch irgendetwas Verwertbares herausgefunden werden kann, was dann doch noch zu einer neuen Spur führen könnte. Jason sagt bei seiner ersten Aussage bei der Polizei, dass er am frühen Morgen des 19. Juni zunächst einmal seinen Sohn in die Schule gefahren hätte. Das kann später auch zweifelsfrei bestätigt werden. Danach hätte er sich dann mit seinem Truck auf den Weg nach Lacona gemacht. Dort hätte er ja dann auch seinen Vater bei der Ladestation getroffen. Jason erzählt weiter, dass er sich allerdings schon einige Zeit vor seinem Vater dort aufgehalten hat, da er zuvor noch bei einem nahegelegenen Silo halt gemacht hat, um dort eine Ladung Getreide abzugeben. Und im Anschluss hat er dann, wie so viele andere auch, direkt bei der Ladestation seinen Mais wiegen lassen, sich im Anschluss in seinen Truck gesetzt und sich auf den Weg zurück nach Hause gemacht. Der Plan war allerdings, dass er, bevor er zurück in sein Farmhaus fährt, noch beim Haus seiner Eltern Halt macht, um den Rasen im Garten zu mähen. Auf die Frage der Polizei, warum Jason, nachdem er seine Mutter in der Küche fand, nicht direkt die 911 angerufen hat, hat er nicht wirklich eine Antwort. Er versucht sich zu erklären. Er sagt, dass er so in Panik war und dass er überhaupt nicht begreifen konnte, was er da sieht, dass das Erste, was ihm eingefallen ist, eben war, seine Schwester anzurufen, seine große Schwester Jenna. Und genau das hat er dann eben auch gemacht. Doch die Polizei möchte an dieser Tatsache ein wenig länger festhalten. Und sie fragen Jason deswegen auch, warum er zu Jenna am Telefon gesagt hat, dass es sich doch gar nicht mehr lohnen würde, jetzt noch die 911 anzurufen, weil seine Mutter ja ohnehin schon tot ist. Das kommt den Polizisten einfach etwas seltsam vor, denn die normale Reaktion, zumindest ist das die Annahme der Polizei, ist eigentlich, dass man sofort den Notarzt anruft. Und auch das versucht Jason jetzt zu erklären. Er sagt eben, dass seine Mutter eben schon kalt war und dass sie völlig starr da auf dem Boden lag und dass ihm deswegen eigentlich klar war, dass sie schon tot ist. Und deswegen hat er eben nicht als erstes die 911 angerufen. Vielleicht kann man das ja irgendwo nachvollziehen, aber es ist trotzdem schwierig, in dieser Situation zu begreifen, dass ein Sohn, der seine Mutter dort findet, jetzt sich denkt, ach ja, die 911, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr anrufen. So überspitzt dargestellt jetzt von mir. Das wirkt trotzdem etwas seltsam. Aber damit ist es mit den Auffälligkeiten, was Jason Carter angeht, noch nicht vorbei. Denn ich hatte euch gerade vorhin ja gesagt, dass Jason sich trotzdem dazu dann doch entschieden hat, die 911 anzurufen nach dem Gespräch mit seiner Schwester. Und dieser Anruf, den Jason von Farmhouse ausgemacht hat, wurde aufgezeichnet. Der geht ungefähr zwei bis drei Minuten. Ich habe ihn mir auch angehört. Und Jason wirkt darin wirklich vollkommen aufgelöst. Er weint, er schluchzt, er atmet sehr schwer und er versucht eben zu erklären, was sich gerade vor ihm für ein Bild aufgetan hat. Dass er seine Mutter tot gefunden hat. Und das alles sagt er auch bei der 911. Es gibt aber eine weitere Aussage von Jason in diesem Anruf, die ihn für die Polizei zumindest verdächtiger macht. Jason hat nämlich zu der 911-Angestellten am Telefon gesagt, dass seine Mutter schon seit zwei Stunden tot ist. Woher weiß er, wie lange sie tot ist? Auch mit dieser Aussage konfrontieren ihn jetzt die Ermittler bei seiner Befragung. Und auch hier versucht sich Jason wieder zu erklären. Er sagt, dass er das deswegen gesagt hat, weil das Blut seiner Mutter auf dem Küchenboden schon angetrocknet gewesen ist. Und er deswegen kombiniert hat, dass sie ungefähr schon zwei Stunden tot sein muss. Und das hat er halt eben dann am Telefon bei der 911 gesagt. Als er einige Tage später dann zum Lügendetektortest gebeten wird und gnadenlos durchfällt, bleibt Jason Carter für die Polizei verdächtig. Jedoch gibt es eben keine eindeutigen Beweise oder auch Spuren dafür, dass er mit dem Mord an seiner Mutter irgendetwas zu tun hat. Warum die Polizei zwar auf die Idee kam, Jason Carter in der Woche, in der er seine Mutter erschossen wurde, einem Lügendetektortest zu unterziehen, jedoch am Tag des Mordes an ihr und auch die weiteren zehn Tage, die folgen werden, nicht auf die Idee kamen, zum Beispiel Jasons Kleidung, die er an dem Tag getragen hat, zu beschlagnahmen und sie auf mögliche Blutspuren, die bei den Schüssen entstanden sein müssen, zu untersuchen, das wird später für die Staatsanwaltschaft noch ein gewaltiges Problem werden. Denn die muss dann nämlich zähneknirschend eingestehen, dass die Ermittlungsarbeit dann doch in vielen Teilen nicht so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat. Und es ist ja auch tatsächlich vollkommen unverständlich. Denn wenn die Polizei, Jason Carter, schon verdächtigt und er sich einfach seltsam verhält in seinen Aussagen bei seiner ersten Befragung, warum bittet man ihn dann nicht direkt, seine Kleidung auszuziehen, seine Schuhe und sie für forensische Untersuchungen abzugeben? Das wurde nicht gemacht. Das wurde erst zehn Tage später gemacht. Und in dieser Zeit wurde die Kleidung schon mehrfach gewaschen und dementsprechend konnten dann auch, so viel ich bei meiner Recherche herausfinden konnte, keine Blutspritzer oder ähnliches mehr festgestellt werden. Aber das hätte man eben an diesem Tag machen müssen. Und man findet einfach keine Erklärung dafür, warum Ermittler, die schon einen Verdächtigen haben, nicht diese offensichtliche Sache anordnen. Für ihre Familie und ihre Freunde ist der Verlust von Shirley ein schwerer Schlag. Vor allen Dingen Bill, der mithilfe der Timeline, der Kameras, die ihn aufgezeichnet haben, der Auswertungen seiner Telefonate und auch der Rekonstruktion dieses Morgens durch die Polizei als möglicher Täter ausgeschlossen werden kann, ist vor Trauer wie gelähmt. Er weint sehr viel. Und auch wenn alle versuchen, für ihn da zu sein, Der Verlust seiner, wie er sie nannte, Liebe seines Lebens, besten Freundin, Vertrauten und Partnerin ist für Bill kaum zu ertragen. Die Wochen vergehen und es wird immer deutlicher, dass Bill, aber nicht nur er, davon überzeugt sind, dass Jason doch etwas mit dem Tod seiner Mutter zu tun haben könnte. Er war nachweislich im Haus. Er wusste, wo die Waffen sind. Er wusste, wo die Munition ist. Er fällt durch den Lügendetektortest und macht einige seltsame Aussagen bezüglich seines Anrufs bei der 911. Außerdem wurden auch Jasons Fingerabdrücke im Haus gefunden. Dazu muss man aber sagen, dass das nicht weiter verwunderlich ist, denn Jason war ständig im Haus seiner Eltern. In den Tagen und Wochen und Monaten und Jahren zuvor natürlich. Und es ist ganz klar, dass dort überall seine Fingerabdrücke sind. Auch in der Küche. Ja, aber da ist ja dann noch so eine Sache. Jason hätte, zumindest sind davon zu diesem Zeitpunkt viele Menschen überzeugt, inklusive seiner Familie, auch ein Motiv gehabt, seine Mutter umzubringen. Nämlich ein finanzielles Motiv. In den Wochen nach dem Mord kommt ans Licht, dass Jason seine Ehefrau Shelley betrogen hat. Und dass er sich bereits seit 2012 mit einer Frau aus der Gegend trifft und fast täglich mit ihr Kontakt hat. Gerüchte machen die Runde, dass Jasons Mutter Shirley genau von dieser Affäre Wind bekommen hat. Und dass es an diesem Morgen, als Jason zu ihr ins Haus kam, um eigentlich den Rasen zu mähen, zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen ist, in Folge dessen Shirley ihrem Sohn Jason genau diese Affäre an den Kopf geworfen hat. Und von ihm verlangt hat, diese Beziehung zu dieser Frau zu beenden. Daraufhin könnte Jason die Fassung verloren haben. Es kam zu einem lauten Streit, der dann außer Kontrolle geraten sein könnte. Könnte, könnte nicht. Hätte, möglicherweise. Gerüchte, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, Jason Carter hatte eine Affäre. Und das gibt sowohl er als auch die Lady, mit der er sich seit drei Jahren trifft und fast täglich Kontakt hat, auch sofort zu. Das macht ihn nicht gerade zum Vorzeige-Ehemann. Es macht ihn aber auch nicht zum Mörder. Doch auch die finanzielle Situation von Jason in der Zeit vor dem Mord an seiner Mutter soll schlecht gewesen sein. Er hatte sich, trotz den Warnungen seines Vaters, bei der Anschaffung neuer Geräte und Fahrzeuge für seine Farm finanziell übernommen. Das alles kommt also jetzt nach und nach ans Licht. Und Jasons Vater Bill ist fest davon überzeugt, dass er es war. Später hat er dann auch mal in einem Interview den Satz gesagt, Auch wenn, abgesehen von Bill Carter selbst, zu diesem Zeitpunkt viele Menschen davon überzeugt sind, dass Jason doch etwas mit dem Tod seiner Mutter zu tun haben könnte, beweisen kann man es nach wie vor immer noch nicht. Und genau diese Tatsache macht Bill, der vor Trauer nicht mehr aus noch ein weiß, in den Monaten nach dem Tod von Shirley immer wütender und wütender. Mithilfe von Privatermittlern hat der nämlich jetzt herausgefunden, dass die Polizei nach Shirleys Tod die Kleidung seines Sohnes Jason nicht auf Blutspuren untersucht haben. Und er findet ebenfalls heraus, dass die Ermittler auch die Tatwaffe nicht auf dem Grundstück von Jason und auch nicht in seinem Haus gesucht haben. Und das, obwohl er selbst, Bill, die Polizisten darauf hingewiesen hat, dass Jason wusste, wo die Waffen im Keller gelagert worden sind. Und dass der zuständige Sheriff von Marion County, Jim Sandholt, der die Ermittlungen geleitet hat, noch dazu ein alter Highschool-Freund seines Sohnes war, lässt es in Bills Kopf jetzt immer wahrscheinlicher erscheinen, dass bei den Ermittlungen schlichtweg geschlampt wurde. Da die Staatsanwaltschaft allerdings wegen der äußerst schlechten Beweislage keine Anklage wegen Mordes gegen Jason Carter erheben möchte, nimmt sein Vater Bill jetzt die Sache selbst in die Hand. Und zwar mit Hilfe einer Zivilklage. Und nicht nur er. Auch seine Tochter Jenna und auch sein anderer Sohn Bill Junior sind von der Schuld ihres kleinen Bruders überzeugt und schließen sich der Zivilklage ihres Vaters an. Im Januar 2016 beginnt der Zivilprozess gegen Jason Carter. Leider konnte ich diesen Zivilprozess im Gegensatz zu dem Nächsten, der dann noch folgen wird, nur in kleinen Ausschnitten verfolgen und habe dementsprechend auch nur das sehen können, was der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden ist. Und das ist bei Zivilprozessen in der Regel nicht allzu viel. Jedoch wurde mir sehr schnell klar, dass es eine äußerst angespannte Situation im Gerichtssaal war und dass das alles auch extrem emotional aufgeladen worden ist. Denn Jason Carter saß zum ersten Mal selbst im Zeugenstand und hat auch ausgesagt. Und Jason erzählt im Prinzip genau das, was er bei seiner ersten Aussage nach dem Tod seiner Mutter bei der Polizei auch schon erzählt hat. Er sagt, dass das, was seine Familie an Vorwürfen gegenüber ihm erhebt, schlichtweg nicht stimmt. Ja, er hätte eine Affäre gehabt. Das gibt er jetzt auch offiziell noch einmal zu und er gesteht auch ein, dass er dadurch viele Menschen verletzt hat, hinters Licht geführt und auch belogen hat. Und er gibt ebenfalls zu, dass er in den vielen letzten Monaten immer mal wieder hier und da in schwere Wasser geraten ist, was seine finanzielle Situation angeht. Doch seine Schwierigkeiten, was das Geld angeht, wären bei Weitem nicht so groß, wie es von seinem Vater dargestellt worden ist. Und darüber hinaus sagt Jason auch, dass er immer ein sehr herzliches und inniges Verhältnis zu seiner Mutter hatte und dass es auch überhaupt keinen Streit gegeben hat. Auch Bill sagt natürlich in dem von ihm selbst vorgebrachten Zivilprozess aus und sitzt über mehrere Stunden im Zeugenstand. Er bricht immer wieder in Tränen aus. Man merkt einfach, dass ihn das alles vollkommen fertig macht. Und in diesem Prozess legt Bill dann auch, unter anderem mit Hilfe der Privatermittler, die er in den letzten Monaten engagiert hat, alle Beweise vor, die diese gesammelt haben. Und auch wenn das, ehrlich gesagt, im Prinzip nicht viel mehr ist, als das, was ohnehin schon ermittelt wurde und das, was vorher schon bekannt war. Und auch wenn es in diesem Zivilprozess keine neuen durchschlagenden Beweise gibt, die belegen könnten, dass es Jason war, der die nach wie vor verschwundene Waffe auf seine Mutter abgefeuert hat, so spricht ihn die Jury am Ende trotzdem schuldig. Und dafür brauchen sie tatsächlich auch nur zwei Stunden. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Zivilprozess, kein Strafprozess. Und das heißt, dass Jason mit dem Urteil schuldig jetzt nur dazu verurteilt wird, einen Betrag von mehreren Millionen Dollar an seine Familie zu leisten. Wenn ich das bei meiner Recherche richtig verstanden habe, war es wohl so, dass der komplette Besitz der Carters geschätzt worden ist. Das heißt, das Haus, die Farm und alles, was dazugehört. Und dabei kam eben ein Betrag von mehreren Millionen Dollar heraus. Und da das Motiv in diesem Zivilprozess, dass Jason unterstellt worden ist, Habgier war, dass er quasi seine Mutter umgebracht hat, weil sie ihm damit gedroht hat, ihn zu enterben, wegen der Affäre und so weiter, wurde er eben auch zu dieser Zahlung verurteilt. Jason nimmt das Urteil gegen ihn mit gesenktem Kopf entgegen. Und auch außerhalb des Gerichtsgebäudes ist die Meinung durchaus gespalten. Es gibt viele, die es richtig finden, dass Jason zumindest in einem Zivilprozess einen Schuldspruch bekommen hat. Und es gibt genauso viele, die sagen, dass es doch überhaupt keine Beweise im Prinzip gibt und dass deswegen jetzt dieser Schuldspruch eigentlich das Papier nicht wert ist, auf dem er steht. Bill hat am Ende des Zivilprozesses gesagt, dass es ihm nie um Geld ging, sondern dass es ihm schlichtweg nur darum ging, dass Jason schuldig gesprochen worden ist, dass irgendjemand ausspricht, endlich ausspricht, was er selbst schon lange weiß, nämlich dass Jason es war. Doch keiner hat offensichtlich mit dem gerechnet, was genau zwei Tage nach dem Ende dieses Zivilprozesses passiert. Nämlich, dass der Staatsanwalt von Marion County sich jetzt doch dazu entschlossen hat, Jason Carter offiziell wegen Mord des ersten Grades anzuklagen und ein Strafverfahren gegen ihn zu führen. Offensichtlich, so habe ich es zumindest auch bei meiner Recherche verstanden, war die Staatsanwaltschaft, nachdem Jason im Zivilprozess schuldig gesprochen worden ist, davon überzeugt, dass sie dann auch einen Schuldspruch in einem ganz normalen Strafverfahren erreichen können. Und dadurch wurden sie natürlich auch motiviert. Es war wohl schon lange so ein, ja, Dorn im Auge der Staatsanwaltschaft von Marion County, dass die Beweise gegen Jason nicht ausgereicht haben, um ihn anzuklagen. Darauf wurden sie auch immer wieder angesprochen, warum sie diesen Strafprozess nicht endlich in Gang bringen. Sie haben sich halt nicht getraut. Doch jetzt, nachdem es schon einen Schuldspruch gibt, warum soll es nicht auch einen zweiten geben? Jason wird also festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt, während sich die Staatsanwaltschaft auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Und im März 2019 beginnt dann auch das Verfahren gegen Jason Carter wegen Mordes an seiner Mutter Shirley. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, auch bei dieser Jury jetzt einen Schuldspruch erreichen zu können. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass Jason Carter wohl im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft ein Deal angeboten worden ist. Dieser Deal lautete, dass er zehn Jahre bekommen soll, allerdings nach fünf Jahren die Chance auf Bewährung hätte. Jason hat diesen Deal nicht angenommen. Er wollte diesen Prozess, weil er von Anfang an und auch im Zivilprozess und jetzt wieder sagt, dass er nichts mit dem Tod seiner Mutter zu tun hat. Und deswegen hat er auch diesen Deal nicht angenommen. Am 10. März 2019 beginnt der Prozess gegen Jason Carter mit dem Eröffnungsplädoyer der Staatsanwaltschaft, das ich mir auch komplett angeschaut habe. Und ich habe schon viele Gerichtsprozesse in meinem Leben geschaut und verfolgt. Und ich fand, dass dieses Opening Statement des Staatsanwalts vor der Jury sehr gerissen vorgetragen worden ist. Denn man muss einfach sehen, dass es keine harten Beweise gegen Jason gibt. Keine DNA, keine Fingerabdrücke, die nicht irgendwie erklärt werden könnten, keine Zeugen und die Tatwaffe ist auch nicht da. Trotzdem ist es Staatsanwalt Ed Bolin, zumindest war das mein leihenhafter Eindruck als Zuhörer. Sehr gut gelungen, diese kleinen, vielen Indizien gegen Jason, wenn man das so sagen kann, ins richtige Licht zu rücken. Er beginnt zum Beispiel schon einmal damit, der Jury zu erzählen, dass Jason seine Frau betrogen hat. Das würde zeigen, dass Jason unehrlich ist und dass man auf sein Wort nichts geben kann und dass man das, was er so erzählt, auch nicht immer sofort glauben sollte. Er weist außerdem darauf hin, dass es Jason nicht einmal für nötig erachtet hat, die 911 zu wählen, nachdem er seine Mutter fand, stattdessen sich dazu entschieden hat, seine Schwester anzurufen. Weiterhin sagt er, dass Jason gesagt hat, dass seine Mutter seit zwei Stunden tot ist, als er die 911 dann doch endlich gewählt hat. Warum sagt er das? Woher weiß er das überhaupt so genau? Außerdem versucht er die Tatsache, dass die Tatwaffe verschwunden ist, vor der Jury geschickt zu überspielen, indem er erzählt, dass Jason einer der wenigen war, der wusste, wo die Waffen seines Vaters im Keller versteckt sind und auch die Munition. Und es wäre außerdem ein leichtes für Jason gewesen, die Waffe und alles andere später unauffällig verschwinden zu lassen. Außerdem spricht Ed Boland dann auch noch die finanziellen Probleme von Jason an und er beschreibt auch vor der Jury, dass es eben an diesem Freitagmorgen zu einem Streit gekommen sein könnte, der dann außer Kontrolle geraten ist. Erstens wegen dem Betrug von Jason an seiner Frau und zweitens dann eben wegen den immer größer werdenden finanziellen Problemen. Auch der nicht bestandene Lügendetektortest und der eindeutig gefakte Einbruch würden für sich sprechen. Die Jury müsste also nur ihren gesunden Menschenverstand einsetzen und am Ende wären auch ohne Fingerabdrücke von Jason auf einer Waffe klar, dass nur er als Täter in Frage kommen kann. Wie man sich denken kann, sieht die Verteidigung, die jetzt als nächstes mit dem Eröffnungsplädoyer an der Reihe ist? Die Sache vollkommen anders. Alison Cain, Jasons Anwältin, sagt der Jury als allererstes, dass es ja noch nicht einmal einen einzigen handfesten Beweis für die Schuld ihres Mandanten geben würde. Das Verhältnis zwischen Jason und seiner Mutter war gut und eng. Und diese finanziellen Probleme, die er hatte, waren bei Weitem nicht so groß, wie es Bill Carter im Zivilprozess und auch jetzt der Staatsanwalt in diesem Verfahren behauptet. Außerdem, was um alles in der Welt hätte Jason davon, aus finanziellen Gründen seine Mutter umzubringen? Erben würde er, wenn überhaupt erst dann, wenn seine beiden Eltern tot sind und Bill war zum Zeitpunkt von Shirley's Tod ja noch nicht einmal zu Hause. Und das wusste Jason, denn er hatte ihn ja kurz zuvor selbst noch bei der Maisverladestation gesehen. Wenn Jason also seine Eltern hätte ermorden wollen, weil er nicht abwarten konnte, an deren Vermögen zu kommen und, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, seine gigantischen finanziellen Probleme zu lösen, dann hätte er beide umgebracht und nicht nur seine Mutter. Ja, Jason hatte tatsächlich zuerst seine Schwester Jenna und im Anschluss daran erst die 911 angerufen. Aber was um alles in der Welt soll das jetzt eigentlich beweisen? Menschen in Ausnahmesituationen, die völlig mit dem überfordert sind, was gerade passiert, handeln oftmals einfach irrational. Und genau das erklärt jetzt Jasons Anwältin der Jury auch in ihrem Opening Statement. Die Verteidigung weist außerdem weiterhin darauf hin, dass die Arbeit der Polizei nach dem Mord an Shirley bestenfalls halbherzig gewesen sei. Man könne jetzt nicht einfach behaupten, Jason sei es gewesen, wenn man ihn eine Stunde nach der Tat noch nicht einmal um seine Kleidung gebeten hätte. Diese wurde, wie gesagt, nie auf Blutspuren untersucht. Auch seine Hände hat man nie auf Schmauchspuren getestet. Mit anderen Worten, es gebe keinen einzigen Beweis dafür, dass Jason die Waffe abgefeuert hat und somit die Tat begangen hat. Was dazu kommt, ist die Tatsache und diese ist auch eine, die die Verteidigung während dieses Gerichtsprozesses immer wieder für sich nutzen konnte, dass die Polizei sich kein Bein ausgerissen hat, auch nach anderen Verdächtigen Ausschau zu halten. Während des Prozesses kommt heraus, dass nur eine Woche vor dem Mord an Shirley Carter ein Nachbar, der mit seinem Traktor in der Nähe der Carter Farm unterwegs gewesen ist, einen Mann gesehen hat, der sich dort bei den Feldern herumgetrieben hat. Einen Fremden. Denn Fremde fallen in dieser Gegend, die sehr dünn besiedelt ist und wo jeder jeden kennt, sofort auf. Aber er war nicht der einzige Zeuge, der einen Fremden gesehen hat. Am Tag, an dem Shirley erschossen worden ist, am frühen Morgen, also bevor Bill und Shirley überhaupt nach Moin zum Kaffeetrinken gefahren sind, hat ein anderer Nachbar, allerdings etwas weiter entfernt, der von der Carter Farm, drei Männer gesehen, die er noch nie vorher dort gesehen hat. Und auch diese hätten sich auffällig in der Gegend umgesehen und sich dort herumgetrieben. Die Polizei hat diese Zeugen, weil sie eben Nachbarn der Carters waren, auch nach Shirleys Tod befragt. Und diese Zeugen haben der Polizei ihre Beobachtungen mitgeteilt. Auch am Tag von Shirleys Tod, dass der Nachbar die drei Fremden dort gesehen hat. Doch die Polizei ist keinem dieser Hinweise durch die Zeugen nachgegangen. Statt also diesen Zeugenaussagen anständig nachzugehen, so das Argument der Verteidigung von Jason Carter, wäre es doch jetzt viel einfacher, die ganze Sache auf ihn zu schieben. Schließlich hat er ja schon seine Frau betrogen. Dann hat er natürlich auch seine Mutter erschossen. Das ist aber noch nicht alles, denn die Verteidigung hat noch ein Ass im Ärmel. Kurz nach dem Mord an Shirley Carter hatte der Coroner, also der Erste, der sie in der Gerichtsmedizin begutachtet hat, einen Todeszeitpunkt zwischen 9 und 11 Uhr an diesem Vormittag festgesetzt. Allerdings würde Shirley dann, so habe ich das verstanden, nochmal von einem richtigen Gerichtsmediziner angeschaut. Und der hat dann den Todeszeitpunkt wohl zwischen 9 und 10 Uhr an diesem Vormittag festgesetzt. Und auch spätere neue Untersuchungen, die von der Verteidigung aufgrund dieses Prozesses jetzt angeleiert worden sind, haben genau diesen Todeszeitpunkt noch einmal bestätigt. In diesem Prozess sagt ein Gerichtsmediziner aus, dass Shirley zwischen 9 und 10 Uhr an diesem Freitagmorgen erschossen worden sein muss. Das heißt, dass es tatsächlich wohl so war, dass kurz nachdem Bill seine Frau zu Hause abgesetzt und sie ins Haus ging, um zu telefonieren und dann noch kurz die Ziegen zu füttern, angegriffen worden sein muss. Sie hat nachweislich noch telefoniert und offensichtlich noch die Ziegen gefüttert, aber dann muss es auch schon passiert sein. Wenn aber der Mord an Shirley zwischen 9 und 10 Uhr an diesem Vormittag stattgefunden haben muss, dann kann es nicht Jason gewesen sein, weil der ja erst um 11 Uhr am Haus seiner Eltern ankam. Doch das könnte natürlich auch gelogen sein. Wer sagt denn, dass Jason nicht schon früher am Haus seiner Mutter angekommen ist, sie erschossen hat, dann das ganze Haus durchwühlt und alles so inszeniert hat, dass es nach einem Einbruch aussieht und dann seine Schwester und anschließend die 911 angerufen hat. Und da kommt jetzt das Ass der Verteidigung ins Spiel. Denn dieser war es vor Prozessbeginn gelungen, ein Video aufzutreiben. Auf diesem Videoband sieht man Jason Carter, wie er am Vormittag des 19. Juni von einer Überwachungskamera aufgenommen worden ist. Und zwar bei dem Getreidesilo, bei dem er an diesem Morgen war, bevor er auf seinen Vater an der Ladestation traf. Die Uhr auf dem Videoband zeigt 9.17 Uhr an. Wenn Jason also um 9.17 Uhr an dem Getreidesilo war, dass ca. eine Stunde Fahrzeit von seinem Elternhaus entfernt ist, dann kann er seine Mutter nicht zwischen 9.00 und 10.00 Uhr an diesem Vormittag erschossen haben. Genau das aber ist es, was die Gerichtsmedizin als Todeszeitpunkt festgelegt hat. Auch wenn diese ganze Timeline doch etwas knapp wirkt, alles in allem passt es doch eher zu Jasons Version, dass es wirklich so war, dass er erst gegen 11 Uhr dann tatsächlich beim Haus seiner Mutter angekommen ist. Nach dreiwöchigem Prozess, in dem sowohl Jasons Geschwister als natürlich auch sein Vater Bill Freunde, Bekannte, Nachbarn, aber auch Polizisten, Ermittler und Gerichtsmedizin aussagen, zieht sich die Jury in ihre Beratungen zurück. Und auch in diesem Prozess muss man nicht lange auf die Urteilsverkündung warten. Denn in fast genau derselben Zeit, in der die Jury im Zivilprozess einen Schuldspruch für Jason Carter verkündet hat, verkündet diese Jury jetzt seinen Freispruch. Jason ist ein freier Mann. In einem Interview nach dem Prozess, in dem er auch seine Frau, die während der ganzen Zeit fest zu ihm gehalten hat, an seiner Seite hatte, hat er gesagt, dass er einfach froh ist, dass dieser Albtraum, den er seit vier Jahren jetzt durchmacht, endlich ein Ende hat. Wobei, ein Ende hat dieser Albtraum ja eigentlich noch nicht. Denn, so sagt Jason, der Mörder seiner Mutter sei ja immer noch da draußen. Nach dem Tod seiner Frau und den beiden Prozessen gegen seinen jüngsten Sohn Jason ging es Bill Carter gesundheitlich wohl immer schlechter. In einem Artikel bei meiner Recherche habe ich gelesen, dass er auch zweimal danach versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Er und sein Sohn, von dem er bis heute fest überzeugt ist, dass er der wahre Täter ist, leben nach wie vor immer noch wenige Meilen voneinander getrennt auf ihren jeweiligen Farmen. Ob es in der Zwischenzeit eine Aussprache zwischen Jason und seinen Geschwistern gab, das konnte ich leider nicht herausfinden. Wer hat Shirley Carter getötet? Wie immer am Ende meiner Videos möchte ich euch auch in diesem Fall meine ganz persönliche Meinung nicht vorenthalten. Und wenn ihr mich fragt, ob ich glaube, dass Jason Carter zu Recht freigesprochen worden ist, dann lautet meine klare Antwort Ja. Die Beweise gegen ihn haben einfach schlichtweg nicht ausgereicht, um ihn vor Gericht wegen Mordes schuldig zu sprechen. Ich denke, die Staatsanwaltschaft hat einfach, und das habe ich auch, während ich mich mit diesem Fall beschäftigt habe, immer wieder wahrgenommen, gedacht, sie könnte motiviert durch den Schuldspruch im Zivilprozess mit diesen Indizien, die sie haben, mit den reinen Indizien, die sie haben, ebenfalls einen Schuldspruch bei der Jury erreichen. Doch die Aufgabe einer Staatsanwaltschaft ist es, die Schuld eines Angeklagten ohne Zweifel zu beweisen. Und da ihnen das in diesem Prozess bei Jason Carter nicht gelungen ist, war es auch Recht, dass er freigesprochen worden ist. Glaube ich trotzdem, dass es Jason gewesen sein könnte? Ganz ehrlich, ich konnte mich bisher nicht eindeutig festlegen. Ich tendiere eher dazu zu glauben, dass er wirklich nichts damit zu tun gehabt hat. Aber es gibt eine Sache, die ich mir einfach nicht erklären kann und über die ich immer und immer wieder nachdenke und die mich dann doch an seiner Unschuld zumindest ein bisschen zweifeln lässt. Und das ist einfach die Waffe. Wenn es wirklich so war, dass ein oder vielleicht auch mehrere Personen an diesem Morgen zur Carter Farm kamen, ins Haus eindrangen und Shirley erschossen haben, dann frage ich mich, woher sie wissen konnten, wo die Waffen sind. Warum hatten sie nicht ihre eigenen Waffen dabei? Und warum haben sie eigentlich nichts gestohlen? Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Der Mord an Shirley Carter ist nach wie vor nicht aufgeklärt und die Polizei hält den Fall auch offen und sucht, so habe ich gelesen, weiterhin nach einem oder mehreren Tätern, die für ihren Tod verantwortlich sein könnten. Ich weiß, dass solche Fälle einen oftmals frustriert zurücklassen, weil man eben kaum Antworten bekommt auf die Fragen, die man hat und weil es so viele Fragezeichen gibt, die sich auftun, so viele ungeklärte Dinge. Trotzdem finde ich solche Fälle wichtig. Ich finde sie interessant, so grausam und schrecklich sie auch sind. Trotzdem mache ich sie und recherchiere sie immer wieder auch gerne, weil ich mich dafür einfach interessiere. Hier in diesem Fall hatten wir auch wieder einen Gerichtsprozess dabei, den ich auch zum Großteil komplett geschaut habe und der für mich auch wie alle anderen Prozesse, die ich in der Vergangenheit schon geschaut habe, sehr interessant war. Aber jetzt interessiert mich natürlich in allererster Linie mal, was ihr eigentlich denkt. Was glaubt ihr, ist an diesem frühen Morgen im Haus der Carters passiert mit Shirley? Glaubt ihr, dass es tatsächlich Fremde waren, die zum Haus kamen, Beute machen wollten und dann alles außer Kontrolle geriet und sie dann einfach am Ende ihre Beute Beute sein haben lassen und das Weite gesucht haben? Oder glaubt ihr vielleicht doch, dass es Jason gewesen sein könnte, auch wenn die Verteidigung im Prozess alles daran gesetzt hat, das zu entkräften? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, euer Feedback und eure Einschätzung. Schreibt mir das alles wie immer unten in die Kommentare. Ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.